Das ist das Märchen der zwei Einspürungen befahrenen Gotterdreher. Das Drei-Buch hat Ueli Gitzedanner geschrieben. Die Regie viert Doris Leuthardt. Liebe Kinder und liebe Erwachsene, heute eröffnen wir den Osterkass, den Samichleus und das Christkindchen die zweite Gotterdreher. Aber wir versprechen Dich, hoch und heilig, dass für alle Zeiten in Betenrede nur eine von diesen zwei Spürungen gebraucht werden darf. Zehn Jahre später sieht es dem Gotterdreher ganz anders aus. Osterhas, Samichleus und das Christkindchen haben sie in die Mutterkiste versorgt. Der Feier sind jetzt, die Lastwagen, wie eine Läuwe der Kerl. Ja, die EU hat frei gehabt an dieser Einladung. Mit zwei Regeln. Freie Fahrt durch die freie Schweiz, haben sie gesagt. Da haben die Schweizer den auch nie mehr gemacht. Du Dädi, die Osterhals hat doch versprochen gehabt, dass der für alle Zeiten... Du bleibst doch jetzt gewiss, nimm ihn an solche Männern. Du Dädi, die Osterhals hat doch gesagt. 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 Untertitelung. BR 2018